Hallo, ich heiße Michael. Hallo, ich bin Dörtel. Hallo, ich bin Regina. Ich bin jetzt genau 100 bei Speedfit, habe 4,2 Kilo verloren. Ich trainiere hier ungefähr seit 6 Wochen, bin bei Speedfit und habe in der Zeit schon 7 Kilogramm abgenommen. Ich habe bei Speedfit vor 3 Monaten angefangen, um mein Gewicht zu reduzieren. Dieses Ziel habe ich jetzt erreicht. Ja, wenn ich super motiviert möchte, weiter machen. Also Leute, ich kann es nur empfehlen. Bis dann.